In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert, es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Drugs der Tag. In kleinen Banden sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Hey, 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 hier kommt Alex, vorhang auf für seine Horrorshow. Hey, 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 hier kommt Alex, vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Auf dem Kreuzzug gegen die Ordnung und die scheinbar heile Welt zelebrieren sie die Zerstörung, Gewalt und Brutalität. Erst wenn sie ihre Opfer leiden sehen, schwören sie Befriedigung. Es gibt nichts mehr, was sie jetzt auffällt, in ihrer gnadenlosen Wut. Hey, 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 hier kommt Alex, vorhang auf für seine Horrorshow. Hey, 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 hey Schein kommt, ob mit Stöcken oder Steinen, irgendwann platzt jeder Kopf, das erste Opfer ist schon dran, wenn ihr den lieben Gott noch wagt, warum hast du nichts getan, nichts getan. Hey, 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 hier kommt Alex, 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 Alex. Vorhang auf, wir sind ein Horror Show. Hey, 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 hier kommt Alex, 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 Alex. Vorhang auf, vielleicht ist ein bisschen Horror Show. Hey, 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 hier kommt Alex, 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 Alex. Vorhang auf, vielleicht ist ein bisschen Horror Show.